Nur eine Ausnahme. Der Zeitraum ist kurz. Ich will mich klar ausdrücken. Kristallklar. Es ist heikel. Der Kunde erwartet ein makelloses Ergebnis. Ruf an, wenn's erledigt ist. Man ist Profi. Ein Experte, der sich dem Timing und der Präzision verschrieben hat. Man hält seine Ausrüstung in tadellosem Zustand. Der Beruf verlangt Präzision. Das größte Problem eines Plans sind unkontrollierbare Ereignisse. Kollateralschäden passieren. Das kommt vor. Du weißt das. Einige von uns werden die verzweifelten Schreie des Grauen der Angst hören. Es sind alle Ewigkeit. Ich weiß, was Sie wollen. Und das wäre? Vielleicht lieber etwas zu essen? Was willst du? Abgesehen davon stimmt was mit dem Deputy nicht. Wirklich einfach, wenn du darüber nachdenkst. Töten oder man wird getötet. Die Regeln sind klar. Nicht hetzen. Nicht zögern. Nicht ablenken lassen. Du klingst bedrückt. Ein letztes ungelöstes Detail. Was für ein Detail? Etwas Persönliches. Mörderische Killermaschinen. Das ist was wir tun. Wer schickt dich? Ihr werdet es klein. Wir sind schon lange im Geschäft. Bring mich nicht in eine missliche Lage. In ein Jahrhundert. Du wirst du heute Abend von der Zeit. Dich. Dich.